Probleme überwinden Freie Übersetzung eines Vortrags von Swami Chidananda, wie er niedergeschrieben ist im Buch A Call to Liberation. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de Probleme überwinden. Wie kannst du das machen? Was heißt es, Probleme zu überwinden? Das ist das Thema, das Swami Chidananda in seinem Vortrag hatte. Das Kapitel ist überschrieben. Mind was not given to be a problem. Swami Chidananda hatte gesagt, in dieser Welt der Prakriti, der Natur, ist Rajoguna vorherrschend, denn überall ist Bewegung. Rajoguna ist Bewegung, Aktivität. Es ist Teil der Natur der Welt, aber es ist nicht Teil deiner wahren Natur. Diese ist allvollkommen. Probleme überwinden heißt, nicht mehr im Rajas zu sein, sondern in deiner wahren Natur. Dein Geist ist nicht da, um dir Probleme zu schaffen, auch wenn aus Rajoguna, also aus der Eigenschaft der Unruhe, so viele Probleme kommen. Probleme überwinden, das heißt, dich nicht vom Rajas beherrschen zu lassen. Im Paripurna, in dem Höchsten Vollkommenen, gibt es keine Bewegung, denn dort ist alles nur ewig. Im Höchsten, in deiner wahren Natur, im Göttlichen, gibt es kein Erreichen, denn du bist schon Nidhya Prapta, all erfüllt, Nidhya Paripurna, vollkommen voll, reine Wirklichkeit, Satta, reines Sein. Deine wahrhafte Natur wird niemals weniger werden, sie wird sich niemals ändern, denn das ist Satya, die Wahrheit, die Wirklichkeit. Alles, das sich verändert, ist nicht die Wirklichkeit. Was die Wirklichkeit ist, ist unvergänglich. Probleme überwinden, heißt also, dich in dem Höchsten und im Unendlichen zu verankern. Wenn du weißt, dass im Leben Aktivität und Bewegung unvermeidbar sind, und wenn man weiß, dass im Alltag Rajas vorherrscht, dann wird der weise Sadaka, der weise Aspirant, immer wieder tief nachdenken und er wird überlegen, in welche Richtung er die Aktivität, die Bewegung hinlenkt. Im äußeren Leben ist Bewegung da, aber in welche Richtung willst du die Bewegung hinbringen? Letztlich heißt es, dass aus dem reinen Unendlichen Satyam Shivam Sundaram das Wahrhafte, das Gute und das Schöne entsteht. Probleme überwinden, heißt, dich einzusetzen für das Wahre, das Gute und das Schöne. Du bist eins mit dem Unendlichen und dem Ewigen. Im relativen Welt ist das Göttliche erfahrbar, im Wahren, im Guten und im Schönen. Wenn du also Probleme überwinden willst, dann handle nicht aus dem Rajas an der inneren Getriebenheit, sondern handle im Bewusstsein des Wahren, Guten und Schönen. Da muss der Sadaka, der spirituelle Aspirant, seinen Geist hinbringen. Dort muss er voranschreiten. Letztlich ist das keine Stagnation, es ist ein Aufstieg. Es heißt nicht, dass du einfach durch die Gegend gehen solltest und in einem Kreis treten solltest. Der Alltag sollte keine flüchtige Aktivität sein. Der Alltag ist nicht dazu da, dass du einfach Nutzloses machst. Das Leben des Sadakas, des spirituellen Aspiranten, Gedanken, Worten und Taten sollten kreativ sein, konstruktiv sein. Das Leben eines Aspiranten sollte in eine gute Richtung gehen, sollte in die Richtung eines guten Lebens gehen, um auf diese Weise das höchste Ziel erfahren zu können. Probleme zu überwinden heißt, den Geist auszurichten auf das Göttliche. Zu wissen in der Essenz, bist du eins mit dem Göttlichen und in der relativen Welt ist der Ausdruck des Göttlichen. Und in der relativen Welt willst du den Ausdruck des Göttlichen mitgestalten. Statt dich mit deinen Problemen zu beschäftigen, statt zu überlegen, was du willst und brauchst und was andere dir geben sollen, was du erreichen solltest, gilt es zu überlegen, wie kannst du Instrument werden in den Händen des Göttlichen? Wie kannst du Gutes bewirken? Wie kannst du Schönes bewirken? Probleme überwinden heißt nicht, sich mit den Problemen zu beschäftigen. Probleme zu überwinden heißt vielmehr, über sie hinaus zu wachsen. Die Essenz des spirituellen Fortschrittes ist es, ein sinnvolles Leben zu führen. Das Leben sollte ein Voranschreiten in Richtung Vollkommenheit sein. Der Jivatman, die individuelle Seele, ist letztlich in seinem Ursprung auch göttlich. Seine Vollkommenheit manifestiert sich in Begrenzungen. Begrenzungen zu überwinden und die Vollkommenheit zu manifestieren, das ist, was der Spiritualität im Alltag heißt. Und das wirklich machen zu können, dazu praktizieren wir Yoga, Sadhana, Abhyasa. Das ist das wahre Leben. Der gesunde Menschenverstand sagt dir das sofort. Aber wir vergessen das immer wieder. Die Wahrheit über den Jivatman, über die individuelle Seele ist, dass sie in Wahrheit eins ist mit der kosmischen Seele. In Wahrheit bist du immer vollkommen. In Wahrheit bist du unvergängliche Wonne und Freude. Aber diese Freude ist dann in der Prakriti scheinbar in Zeit und Raum. Jenseits von Prakriti und Zeit und Raum zu kommen, ist das, was notwendig ist und was das Ziel deines Lebens ist. Aber im Prozess, dich zu befreien von der Vergänglichkeit, gilt es, das Göttliche auszudrücken. Wenn es zwei Dinge gibt, dann können diese einen festbinden. Aber es gibt nur Brahman, das Absolute, das Non-Duale, die Einheit. Und daher ist Bindung nur scheinbar da. Eigentlich ist Bindung nicht da. Bindung ist bedeutungslos, hat kein Sein. Jivatman, das Individuum, ist nichts anderes als Brahma-Tattva. Das heißt die Essenz von Brahman. Bindung ist eigentlich bedeutungslos, sinnlos. Daher muss man sich auch nicht wirklich befreien von der Prakriti. Sondern es gilt nur, dass du erkennst, dass du eine unendliche Natur hast. Probleme überwinden heißt, zu erkennen, dass du in der Essenz eins mit Brahman bist, eins mit dem Göttlichen und Endlichen. Du kannst nicht von der Prakriti beeinflusst werden. Prakriti mag da sein, aber sie ist hilflos, machtlos. Die Prakriti, die Natur, die relative Welt, Zeit, Raum und so weiter, können deine wahre Natur nie beeinflussen. Die Essenz deines Wesens ist, dass du immer frei bist, dass du immer vollkommen bist, immer rein, immer glücklich. Überwinde alle Probleme, indem du erkennst, du bist rein und glücklich. Und überwinde alle Probleme, indem du erkennst, dass im Relativen nur ein Ausdruck des Göttlichen ist. Der Geist wurde dem Individuum, dem Jivatma, nicht gegeben, das ein Problem ist. Der Geist wurde eigentlich dem Menschen gegeben, eine Lösung zu sein, der Probleme von vielen. Letztlich ist die Vielheit mitjahr unwirklich. Was wirklich wirklich ist, ist Satya die Wahrheit. Der Geist ist, das Denken und Fühlen ist dir letztlich gegeben worden, um aus der Einheit zurückzukommen, aus der Vielheit zurückzukommen, zur Einheit. Allerdings hast du es vernachlässigt, deinen Geist zu trainieren. Du hast es vernachlässigt, deinen Geist zu schulen. Probleme zu überwinden heißt, deinen Geist zu schulen, hinter allem die Einheit zu sehen. Probleme zu schaffen, Schwierigkeiten zu schaffen heißt, den Geist zu erlauben, in der Vielheit zu sein und zu überlegen, wie er glücklich sein kann durch die Manipulation in dieser Welt. Indem du denkst, glücklich sein heißt, die Welt zu verändern, bist du in Probleme. Probleme überwinden heißt, dich zu lösen von diesen Vorstellungen des Geistes. Du hast das Denken und Fühlen nicht bekommen, um dir Probleme zu schaffen. Du hast das Denken und Fühlen, um über alle Probleme hinauszuwachsen. Das Licht von Satchitananda sollte immer da sein und das Licht von Satchitananda, von Seinwissen, Glückseligkeit, kann durch dich hindurch strahlen. Das Licht des Selbst kann alles erleuchten und du kannst es sogar sichtbar machen für andere. Lass das Ganze spontan werden, lass das Ganze beständig sein. Letztlich muss dein einziger Anstrengung sein, Lethargie und Faulheit, Trägheit und letztlich auch Tamas zu überwinden beziehungsweise dich davon fernzuhalten. Das, was wirklich notwendig ist, ist, dass du Raja, Guna, also die Eigenschaft der Aktivität in Richtung der göttlichen Wirklichkeit lenkst und dass du Rajas auch nutzt, dass die göttliche Wirklichkeit durch dich wirkt. Probleme zu überwinden, heißt, dein Geist gut auszurichten. Das ganze Innere sollte eine dynamische Kraft sein, dich zum Göttlichen hinzuführen und das Göttliche durch dich wirken zu lassen. Wache auf, erhebe dich und halte nicht an, bis du die Erleuchtung erlangt hast. Das ist der große Aufruf der Upanishaden. Utishtata, Jagrata, Prabhya, Varanibodata. Erhebe dich, erwache und halte nicht an, bis du die Erleuchtung erlangt hast. Das ist der immerwährende Ruf zur Erleuchtung, der Ruf des Ewigen, der Ruf deiner Seele. Diesem Ruf zu folgen, heißt, alle Schwierigkeiten und Probleme zu überwinden. Folge diesem Ruf, antworte diesem Ruf, tu das, was dieser Ruf sagt und werde gekrönt durch Glück. Das ist Leben, das ist es, wofür wir hier sind. Ja, mit diesen Worten schließt dieser Vortrag Der Geist ist nicht da, um dir Probleme zu schaffen. Überwinde die Probleme. Mein Name, Sukadev, von www.yoga-vidya.de Dies war eine recht freie Übersetzung, letztlich eine kommentierende Übersetzung eines Vortrags von Swami Chidananda aus dem Buch A Call to Liberation, ein Buch, das du auch herunterladen kannst auf chidananda.org oder bestellen kannst bei der Divine Life Society www.yayadishivananda-online.org